Warum soll ich mich denn ganz ausziehen? Früher war es sehr heiß in Griechenland. Verstehst du, da hat immer die Sonne geschienen. Aber doch nicht in Hamburg. Darauf kommt es doch gar nicht an. Das hier ist Kunst, weißt du? Ich war mal ein gefeierter Künstler. Ach so, und das Ding muss ich auch halten? Du siehst wirklich aus wie ein junger griechischer Gott. Kann ich schon was sehen? Oh nein, nein, nein. Nein, es ist ein Geheimnis. Aber du zeigst es nicht den Jungs. Versprochen? Versprochen. 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 Versprochen.